Es ist ein besonderer Tag. Vor 30 Jahren habe ich den Kühle nachgeladen, ins Leben gerufen und bis heute begleitet. Alles hat seine Zeit. Ich gebe mein Amt nun zu meinen Händen. Helga Faust ist bereit, das Ehrenamt zu übernehmen. Ich wünsche dir gutes Gelingen, damit der Spielelandmänner uns weiterhin Freude und Unterhalte bringt. Und ich denke, das kann Helga auch gut meistern, denn sie ist ja nicht so. Danke. 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 Danke.